Wer weiß in was für einer Formation sie spielen, lässt er vielleicht ein paar Leute aus der zweiten Reihe spielen, sind ja auch heiß wie Frittenfett und wollen sich anbieten und zeigen. Also ich glaube ganz egal wer da aufläuft beim Aufsteiger, jetzt schon feststehenden Aufsteiger, da ist es egal wer da spielt, da ist genug Qualität im ganzen Kader und wird ein hartes Stück Arbeit für uns werden. Bis zum nächsten Mal.